Wir sind jetzt aufhören, euch gegenseitig nur zu machen. Warte, warte! Ja, das ist das. die ich dir gegeben habe. Regenation und Ichiruka und Regenations-Items. Wenn du im Kampf Gesundheit verlierst, bleibt sie auch im nächsten Kampf verringert. Du kannst Gesundheit regenerieren indem du bei Ichiruka Nudeln isst oder indem du Regenations-Items aus deinen Iselnaden holst. Manchmal wird deine Gesundheit nach bestimmten Ereignissen automatisch wiederhergestellt, aber nach einem Kampf ist es immer eine gute Idee, deine Gesundheit wiederherzustellen. Und deine Briefbombe wird dir gegen Kakashi-Sensei gute Dienste leisten. Nehmen sie auf jeden Fall zur Ausrüstung. Kampf-Items-Info. Jetzt mit Kampf-Items ausrüsten. Im Start-Menü unter Items kannst du festlegen, welche Items in Kampf benutzt werden sollen. Drücke bitte die Start-Taste um diese zu wählen. Dann auch danke Sakura. Und gut, packen wir es an. Jaaaa! Ich hatte jetzt keine Zeit... So. Ich lege zum Trinkplatz. Schnell zum Trinkplatz. Schnell-Mitgl. 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 Eine mögliche Menüs zur Unterstützung bei den Abenteuern. Unter anderem zur Benutzung Bestätigung verschiedener Internet-automativen Abenteuer gewonnen in Items und so. Bestätigung de nach der Fortschritte. Mit-Mitgl. 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 Riesen-Nahrungspille Riesen-Nahrungspille Verteilung Schnell-Renn-Pille Temporär Riesen-Schnell-Renn Was ist denn jetzt? Nudeln, regionieren bestimmte Menge Chakra, ok Gut, machen wir so Wir haben natürlich ein paar Items hier, Riesen-Nahrungspillen und sowas Mundsalbe, Interferenten Riesen-Nahrungspillen Kashi wird noch einiges schwerer sein als Sakura Daher möchte ich die komplette Energie behalten Sakura, wir schnappen Ihnen diese Glocken garantiert weg Ach du Scheiße Lass uns sicher gehen, dass wir es schatten Schatten Lass uns sicher gehen, dass wir es schatten Und jetzt ist der Herr Kashi Riesen-Nahrungspillen Nahrungspillen Riesen-Nahrungspillen Jungen Der Herr Kashi Dich Er ist jetzt erst mal Kashi ist können wir dann jetzt mal egal sie gehen schluck schluck dass du warten musstest wie viel respekt hier ich will das Buch jetzt mal wegpassen ja wir haben Sarko als Unterstützung und spielen jetzt in der Tat gegen Kakashi na klar ist also dass Akura wer nur im Hintergrund arbeitet bei der von nichts kann die die Pussy ultimatives Jutsu und Erwachen nicht einsetzbar Gegner immun gegen alle negativen Statuseffekte ja 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 Wir gehen hier gar nicht aufs Ultimative. Da schaut man natürlich auch auf. Das läuft extrem fissig, das finde ich so geil. Perfekter Wisch. Super gemacht, Sakura. Das ist echt nichts wert. Zack, 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 zack. Geh mal drauf, da. Keine Gefangenen. Befehl-Eingabe. Bei Bosskämpfen triffst du auf interaktive Aktionen. Drücke innerhalb der Zeitbegrenzung die eingezeigte Taste. Hammer-Eingabe. Wenn eine Einzeige unter einer Taste erscheint, hammer so schnell du kannst auf sie ein. Die Einzeige muss in Zeitung mit einer bestimmten Stufe erreichen, damit du gewinnst. Zusätzliche Befehle. Tasten ohne Zeitung und Zeige darüber sind zusätzliche Befehle. Du musst sie nicht unbedingt schaffen, aber wenn du es tust, bekommst du etwas Gesundheit zurück. Geil im Faktor. Sterne erhalten. Für interaktive Aktionen richtig aus, um Sterne zu verdienen. Wenn du dabei gut bist und viele Sterne erhältst, wartet während der Bosskämpfer eine Überraschung auf dich. Derregel, der Lebens妳 zuшieren. Eieieiei. abruss abriss firma hier schön total zerstört Glockenstehen Lektion steht Kakashi auf den Hügel ist er zu weit weg für einen Angriff. Setze deinen Gegnerangriff oder Gegnerangriff ein wenn er herunterkommt. Bei Einsatz von Hilfe könnten den Kampf entscheiden Scheiße ich hab zu früh komm jetzt her Es kann sich n Regissen Boom! Scheiße, kann das Floh an die Einsetzen. Halt! Ohoho! Das war ja super! Boah, das ist ja echt gerade richtig beschissen hier. Der ist einfach richtig beschissen. Mach's, Digga. Hey! Das war gut. Komm schon! Ah! Perfekt! Ah! Ich bin viel zu schlecht, Alter! Uaaaaaahhh, Digga! Du betreibst. Geheimfaktor, Geheimfaktor. Wenn du viele Stellen erhältst, hättest du den Geheimfaktor frei. Genieße dann eine Szene, die die Story weiter ausbaut. Geheimfaktor. Jetzt haben wir die Zeigungen. Geheimfaktor. 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 Ja, ein großer Moment. Ich finde dieses Knatschgeräusch immer ganz komisch. Erreicht! Kommtvorgaben erhalten, erreicht. Zwei Ninja-Player. Und halt 93. 33 von 34, ins Gerate. S-Tragen. Wunder SP, 50617. Das Genie. 5.500.000. Nein, 550.000. Ja. Sturmpunkte erreicht. Titel erhalten. Oh. Okay, das war schon ein bisschen interessant, jetzt. Jetzt habe ich das Spiel echt jetzt zum zweiten Mal gewollt, ey. Scheiße. Ja, 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 ja. Okay. Ja, ja. Danke. Ich bin froh, ehrlich gesagt, das ist das zu tun. Ihhehhehheh. Ich bin doch noch an der Kakashi-Sacher. Was? Was ist denn hier? Wenn ich meinen Gehen überlege, dann bin ich es sehr freundlich ... Na, Na! Ich bin der Kaku-Sacher des Kaku-Sacher! Das ist natürlich ein Verhältnis. Oh, das ist gut. Ich werde wieder in den 7er-Händen sein. Ja... Ja, das war's! Ich werde jetzt noch ein paar Tage erzählen. Ich werde dir das heute wieder aufschrauben. Okay! Ich werde das mit dem Drone machen. Ich habe das geschafft, Sakura! das 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 Prolog Naruto Heimkehr fertig Anleitung zum Sieg, Ninja Moves, Blablabla, Leck mich am Arsch und Pizzeria. Pizzeria, ja. Akzeptiert oder akzeptiert es nicht? Jetzt habe ich mir noch eine Pizza. Toll. Ja, habt ihr super hingekriegt, Leute. So, Dedo. Die Tatsache ist schon fertig. So, wenn ich es nicht machen kann, dann gehen wir mit uns zusammen. Ich möchte die Tatsache verabschieden, und dann gehen wir in die Tatsache, oder? Ja, das ist gut. Dann gehen wir in die Tatsache. wollt und ähm interessant ist das kriegt es dann würde ich sagen ähm und ähm ich kann natürlich auch meine Abstimmung auf Facebook ja ich hab ein Facebook Account und ein Twitter Account stehen in der Videobeschreibung schaut ruhig mal vorbei ähm und liked den Shit da werden nämlich auch andere Sachen geteilt nicht nur unsere Videos sondern auch unsere Blogbeiträge werden dort geteilt äh da seid ihr immer auf dem neuesten Stand von welchen Spielen und sowas Gamescom war jetzt zum Beispiel äh auch mitvertretend in den Blog reinschauen lohnt sich auf jeden Fall ähm dann werde ich nochmal eine Umfrage starten wie es aussieht mit dem Spiel ähm ja verschenken oder sowas ich hab's jetzt aus dem Zweimal total dumm fuck it 20 Euro im Wind gesetzt naja kann man jetzt machen